Und jetzt laufen die Leute mit so einem Lappen vor dem Gesicht herum, nehmen sie ab, stecken sie in die Tasche, setzen sie wieder auf. Und es ist absurd, was wir machen. Die Maske hat mit Infektionsschutz nichts zu tun. In diesem, so wie sie jetzt benutzt wird, ist das Unsinn. Und das ist ein Symbol, dass man gehorsam ist. Das ist ein Symbol, dass man sagt, okay, ich trage die Maske, sonst muss ich ein Bußgeld zahlen, sonst kriege ich Ärger in der Straßenbahn oder im Bus. Und deshalb mache ich das lieber. Ist ja auch nicht so schlimm, halte ich ja kurz aus und dann stecke ich sie wieder in die Tasche. Aber das ist Infektionsschutz mäßig, ist das Blödsinn. Das ist Infektionsschutz. Das ist Infektionsschutz. Das ist Infektionsschutz.